Wie gut, dass die Pilgerschar in der Basilikawalte als das hier passierte. Sittenverfall bei der Frauen-WM. Josefine Oekwist, eine Schwedin, lässt sich zum Trikotausch verleiten. Hallo? Sind ja wohl noch Kinder im Stadion? Und jetzt auch noch küssen? Das wird ja immer schöner. Wir fragen, wo bleibt da der Anstand? Was ist denn für eine Frage? Skandal! Jetzt reicht's aber. Das war's von denen. Handschplittern! Das war's von denen. Vielen Dank.